Ich will eine unauffällige Monatshygiene. Einen Tampon. Okay. Ja, der sich meinem Körper so gut anpasst, dass ich sichersten Schutz habe. Okay. Jeder Tag der Periode ist doch anders. Um wirklich sicher zu sein, brauche ich verschiedene Größen. Okay. Und ich will den Tampon, dem die meisten Frauen in Deutschland vertrauen. Okay. UB.